Der, der CEO Marathon, hat einer einen Link davon? Alter, ich war so aufgeregt, ne? Ich auch, Alter. Bei mir war's genauso. So, holy fuck, der weiß, wer ich bin. Hallo. Doni kennen wir ja, der hat mal geguckt. Was würdest du eigentlich machen, wenn jemand wirklich einen 12 Stunden oder 10 Stunden Marathon machen würde? Gibt es schon. Wurde zweimal gemacht, weiß ich. Also 24 Stunden, nicht 12, sondern wirklich 24 Stunden. Und bisher hab ich's halt mir immer mal nachher reingeguckt. Das müsste ja sein. Vor allem immer schön, wenn jemand so einen Best-of-Zusammenschnitt macht. Wir schauen mal ein bisschen rein. Oh Gott. Oh Gott. Dieser Schreibfehler. Bevor das Video losgeht, wollte ich doch kurz sagen, dass meine Kamera schon etwas älter ist. Die Die Qualität mit 2L. Oh Gott. Oh Gott. Und ein roter, ein blauer und ein grüner Pixelfeder zu sehen ist. Okay, ähm, wie gesagt, oft sind Leute nicht sehr erfahren in Videos machen. Äh, reagieren halt auf ein Video zum Spaß oder so. Das ist die Anzahl der Clips, die wir gemacht haben. Nithof, da ist er wieder. Nice Video, Lull. Seio. Ja, Fangen. Äh, Video. Aber Phantnell, aufbaufähig. Haha. Dein Gesicht ist besser. Das ist dieses Intro. Ja, komm, das Phantnell, da kann ich nichts dafür. Das war auch ganz, ganz schnell gemacht. Schau mal, das Phantnell war. Irgendwie dieses Bild von mir, sowas zu wild. Junge. Achso, ja. Ja, Phantnell ist stark. Phantnell ist stark. Wir gucken mal rein. Ach, Mann. Musik. Die Musik kenne ich. Das ist ja leise. Mann, was glaub ich bin da. Oh. Also ich beheße gerade bei 22 Sekunden. Das ist so ein typisches Minecraft-Intro. Ich habe gerade dasselbe Titel an wie in meinem Video. Das baut ja bei jeder zusammen so eine Schrift, die dann zum Dubstep-Intro so ein T-R-Beatet und so. Das ist so typisch. Das ist klasse, einfach nur. Ganz kurz, ich fand die Reaktion auf das Intro-Seil so ein Dubstep-Intro, so ein richtiges Minecraft-Intro. Ich bin mir das Video von Seo gesehen. Ähm. Jetzt wurde mir einfach random vorgeschlagen. Hat er gerade Seo gesagt? Ja, hat er gerade Seo gesagt? Ja, hat er gerade Seo gesagt? Und Juhu. Ich habe irgendwie voll Bock, das auch zu machen. Ja, dazu. Dann ist es so. Ja. Ja. Aber wie soll ich das Meister einfach von mir genommen? Ja, so. Pssst, 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 pssst. Da hat einer, da hat einer ein Check geschrieben vor, das 2011er Intro. Ich muss sagen, ich filme solche Videos immer voll niedlich. Weil ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal vor der Kamera gestanden bin, um versucht, abzureden und so. Das ist ein ganz fieses Gefühl. Bei mir war es echt nicht so. Man fühlt sich sehr, sehr unwohl. Ja, bei mir halt auch nicht. Aber ich wusste halt, wenn ich es mache, reagiert man darauf. Man weiß nicht genau, was man sagt. Also ich bin eigentlich immer relativ authentisch, wenn ich aufnehme. Aber da war ich so aufgeregt. Das war so übel unauthentisch, diese Stelle. Ja, der Anfang. Ja, aber muss auch sein. Hey. Obwohl. Ich kann ja verstehen, was man so einen Marathon macht, als nicht streamen. Also jetzt mal, man hat da null Zuschauer. Das wäre schon ein bisschen so. Bei mir war es halt so, noch weniger Zuschauer waren als bei dir. Also bei mir war wirklich so die ganze Zeit ein Zuschauer oder gar keiner. Bei mir war ein mega viel. Einzige gute Wahrheit, dass ich halt, also gegen Metakurse hatte ich auch, ja, fünf oder drei vielleicht. Aber ich hatte halt die ganze Zeit, z.B. fast die ganze Zeit immer jemanden im Discord, der mit mir dabei war. Also Scared oder Endercrank. Ähm, die haben halt irgendwie irgendwas gemacht. Lol, ganz kurz. Ja? Dieser Crystal Meth ist bei mir der Mod von Ceo. Oh, what? Really? Ja. Wer ist bei dir? Dieser Crystal Meth, der Mod von Ceo, ist bei mir am Stream. Ehre dafür. Also bei mir war es halt so, dass ich, ähm, ich habe mich eigentlich am Anfang, also die ganze Nacht war es eigentlich immer, es waren immer ein oder zwei Leute da. Ähm, aber das war halt so ab elf Uhr morgens, da hatte ich jetzt noch sechs Stunden vor mir. Wenn da jemand in Discord gekommen ist, ich wollte einfach für mich allein sein und diese Videos schauen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Es ist sehr aufregend in dem Video, ich kann mir gut vorstellen. Also ich weiß nicht, wie oft wir vor der Kamera stehen, ich schätze ihn nicht. Ich stehe mega oft vor der Kamera. Hey, hallo. Doni. Doni? Doni? Ich dachte, du hattest in meinen Stream gekommen. Achso. Okay, guck in den. Ja. Schau mal, wer ist da? Das bin ich. Doni, du bist da auf dem Video. Follower-Ziel. Ach, 50 Follower sammelt er momentan. Jo, ich hab mal, äh, sieben, sieben. Ihr Anfang ist schwer, sag ich immer. Ihr Anfang ist schwer, sag ich immer. Ja, hör auf zu flexen. So unfair. Wait a minute. Als Doni jetzt so, so, oh, ich bin voll Fame. So, wenn ich irgendwo einen Follower da lasse, sind alle so, nein, nicht wirklich jetzt. So, wie wenn bei mir heißen würde, Gronkh hat gefolgt und alle schreiben so, es war der echte Gronkh, es war der echte Gronkh. Und ich so, nein, nein. Jetzt kommen gleich diese Epic-Momenten. Da ist so ein Typ, der macht einen 24-Junden CEO-Marathon. Danke, äh, für diesen heftigen Support an der Stelle. Ich schrieb, der macht's gerade. Und ich war so, ja, ja, wir schauen rein. Wir schauen rein. Wir schauen rein, ja. Mal live rein, wie es macht. Hallo, ich seh ich. Also, wenn alle Videos durchgehend gucken, dann bitte auch, ähm, mir schreiben. So, der macht, der macht die Challenge. Die CEO, die 24-H-CO-Marathon-Challenge. Nicht hart, Stunden. Ja. Wir haben's geschafft. Was, wir haben's geschafft? Diese Musik im Hintergrund ist noch so geil dazu. Er weiß, bitte. Boah, ist das schön. Ernsthaft? Äh, 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 äh. Ich find das so cool. Ich find's nicht so viel Mühe, nur für mich. Ich hab's nicht gekostet, haha. Zu der Nation hier ist der Link. Ich find das so, so, so schön. Dass, 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 dass man so eine Freude auslösen kann. Einfach nur, indem man vorbeischaut, so. Das ist so, was Tolles hier einfach. Vor allem sind einfach solche Legenden im, im CO, im CO-Twitch-Chat jetzt, ne? 3 Euro? Das spüren wir. Was jetzt? Aber ich find ich, find ich echt, ähm, toll, dass man so leicht eine Freude machen kann. Mod hat dein Link gekostet. Achso, ganz gut. Äh, Nicolas hat wirklich, äh, hat geschrieben, äh, 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 Doni wirklich? Okay, da bin ich dabei. Bin 14 Stunden Marathon. Näh. Er hat 5 gezahlt, hab 3 gezahlt. Vor allem, wenn er so ganz entspannt in seinem Stream kuchen-TVs-Videos geschaut hat. Und ich dachte einfach, dass die mich einfach komplett alle verkaufen. Jetzt kommt, epic. Yo, tot. Doch, Mann. Schau mal, schau mal, Zeo. Schau mal, Zeo. Ja, ja, ja. Nach viereinhalb Stunden Zeos Video schauen. Ist es wirklich passiert? Dumm, dumm, dumm. Zeo war einfach immer im Stream, Digga, pfff, das ist voll geil, Alter. Oh, genau. Oh, es kommt, jetzt sieht was sogar, der Tag. Ey, ich will, ich muss schon mal in den Klippen und sagen so, ein paar Tage her. Glaub war zwei Wochen oder so, oder eine Woche? Ich weiß es nicht mehr. Drakreen und ich gerade am Kuscheln, ich hab auch schon einen stabilen Bart an der Stelle. Oh, ich wollte noch in den CEO-Marathon reingucken. Soll ich mal reinschauen, oder? Jemand macht einen 4 und so scheinbar. Kann man mir den Link noch mal reinposten? Den Link noch mal reinposten. Ich bin noch da. Ah, lol. Christian Mathis bei mir. Lol. Oh, der ist noch ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Jo, meine Reaktion. Hallo. Ich seh dich. Ich seh dich. Achso. Ich würde mich grad selber... Moment. Ich mach kurz, äh... Sony Alpha, Chat und den Rahmen... Hier rüber. Alpha? Ja, er selber Alpha. Da drüben ist der alte CEO sozusagen. Ist immer noch... Achso, er hat beide Streams offen. Oh. Boah, krass, war dreist... Der ist noch ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Das hat mich so genervt, ne? Ich steh nur, dass er dreist... Ganz am Anfang. Komm, wie er sich freut. Finde ich so schön. Als wir die 6 Stunden erreicht haben... Ja, das war so ne... Nur ne unnötiges... Naja... Ein blöder Fehler passiert. Und... Ja... Seht einfach selbst. Oh, Leute. Alter, ich wollt... Mann! Das triggert mich so sehr lange. Ich weiß nicht, auch. Ich weiß nicht, auch. Digga, wir lange gebraucht haben, noch zu checken. Was? Ja, ich hab einfach meinen Timer resettet. Ich wollte sagen, kann man denn nicht nochmal einstellen, dass er von dort aus weiterzählt oder so? Nein! Ich hab ja halt insgesamt... Aber ich versteh schon, von neu starten und dann addiert das zusammen. Das wär schade, weil dann... Checkt's mal keinen Zuschauer. Ja. Und so. Das war... Das war meine Motivation. Das war richtig so... Bam, bam, bau! Kommt ihr denn an? Man muss schon sagen, die Schauspielkünste sind echt... Eins... Schlecht! Ey, vergesst. Sind wir alle ehrlich zueinander? Oh, quitsch! Fehler sind menschlich, oder? Wie sagte meine Mutter bei der Kürze? Sympathischer Kerl. Ich mag ihn jetzt schon. Oh, er mag mich? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, Stiga! Ja, mit dieser Motivation hab ich dann bis zu den 12 Stunden und so... Ist das das Reakten auf das Reakten vom Reakten? Hat er dann womit die Hälfte erreicht? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich muss sagen, das entertaint mich gerade wirklich sehr! Das ist so, danke! Ich weiß nicht, ob du schon mal was geschnitten hast. Das ist das erste Mal wahr! Das erste Mal! Ganz gut! Ich weiß nicht, ob du schon mal was geschnitten hast. Ich weiß nicht, ob du schon mal was geschnitten hast. Ich weiß nicht, ob du schon mal was geschnitten hast oder irgendwo ein Frame zu viel noch drinnen. Äh, auch die Einspieler so hier und da mit rein. Ein paar Sound-Effekte sogar hier und da. Weißt du, er hat meine Best-of-Clips am Ende gar nicht gesehen. Was hast du schon mal meinen? Ich weiß nicht, ob du schon mal was geschnitten hast. Deswegen gucken wir uns jetzt weiter. Ich auch! Da hat einer in Chat geschrieben, hey, der Typ hat den SWR 3, ey. Warte, da... Was hat er da? Einer hat in Chat geschrieben, ey, der Typ hat den SWR 3, ey. Der hängt da. Ist das nicht so ein Radiosender? Ja, warte kurz mal. Von wo habt ihr SVA3? Digga, wir haben einen Bad München. Den mal noch. Ah, stimmt ja. SVA3 Gang. Ganz ehrlich, ja, was guckt ihr? Wir schauen grad jemanden an, der auf meine Videos 24 Stunden lang... Was? Wer würde da sowas machen? Also, durchgehend. So dumm, wenn man das macht. Ich bin um fünf back. Oh, Schreck. Oh nein. Ganz allein. Vor allem, wieso kann man da noch so rein rauf? Dieser Autofokus. Ja Mann. Dass er geht. Da hast du keinen Bock mehr, dass er schlafen geht. Das war für mich dann natürlich schrecklich. Weil keiner war dann mehr mit mir über die Nacht. Kannst du mir natürlich über die Nacht wieder machen. Das ist schon hart, dass gar keiner mehr da ist. Oh nein, Leute. Oh nein. Ich hab vier Stunden ausgehalten. Einfach nur Handy anlassen. Oder Rechner laufen lassen. Dass es wenigstens so aussieht, als ob man da wäre. Ich kann gar nichts darstellen. Ey, doch. Ne Tox, ich war doch kurz da. Ich war kurz da. Okay. Oh, eins, zwei, drehen. Zeo, mein Wicht, ich mag dich nicht. Twitch Affiliate zu werden, also. Jetzt bin ich fame. Dieses Lied verbinde ich so sehr mit 24 Stunden. Twitch Affiliate? Wirklich? Ist das so einfach? Also wer nicht weiß was das ist. Mit Twitch Affiliate. Nicht nur theoretisch. Man kann ab da aus mit Twitch Geld verdienen. Äh, ich guck kurz mal. Ich bin der Schwert. 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 Das kann man im St Kabinett sehen. Warte, 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 warte. Abgeschloss, tatsächlich. Ah, ich gucke extra nach. Dabei kann man es dann auch im Video lesen. Ich bin der Schwert. Jetzt könnt ihr bei mir reinschappen. Nö. Nö. Doch. Das ist ... Er hat voll die geilen Einspieler, aber es geht ab! Idiot! Mann, was wollt ihr denn? Man merkt, man merkt, du hast Theo angeschaut. Da merkt man schon, die Theo-Videos, die haben das hinterlassen. Der Typ ist schon zur Hälfte ich. In den restlichen Stunden vom Stream, abgesehen mal vom Ende, ist nicht mehr wirklich was Spannendes passiert. Außer, dass ich extrem müde war. 19 Stunden. Warte. Ja, ne? Und das mir extrem langweilig war. Es ist so unangenehm, ich hab eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. 22 Stunden. Ich glaub, wenn man... Ab 23 geht's wieder, glaub ich, weil dann bist du so, hast du es gleich geschafft, hast du es gleich geschafft. So, davor hast man so, boah, noch mal eine Stunde, dann noch mal so eine Stunde. Alter. Und Leute, es ist wirklich passiert. Nach 24 Stunden haben wir es geschafft, die 24 Stunden. Wie fühlst du dich eigentlich, wenn jemand sowas macht? Ja. Ich meine, das muss doch ein komisches Gefühl sein, wenn jemand über deine Videos eine Challenge macht. Ich weiß, komische... Summen kann man doch gar nicht. Ich finde sowas total... Ja, man kann doch gar nicht summen in meinem Paypal-Account, den ich nicht so finde. So traurig. Nach der Reaktion, schauen wir uns mal an, ich hab mal damals, wo ich so 200 oder 300 Abos hatte, hab ich gesagt, bitte die Leute an die Zuschauer, nehmt mir mal auf, wie ihr auf jeden in die Kamera sagt. Das war früher bei mir so ein Running-Gag. Auf jeden! Auf jeden! Wenn irgendwas sagt, ja, dann machen wir immer auf jeden. Belastend, ja. Das haben erstaunlich viele gemacht tatsächlich und mir zugeschickt. Und das war damals schon für mich so ein krasses Gefühl. Da sind irgendwelche Menschen, einmal aus der Schweiz, einmal aus Österreich, einmal aus Berlin, Hamburg, Köln. Die meisten Leute, die meine YouTube-Videos schauen, kommen aus Österreich. Und nehmen das für mich auf, weil ich da irgendwo in den letzten Jahren damals zum Rohr von Bayern, weit draußen, irgendwo Richtung Rosa. Bei mir ist, äh, ich glaub, bisschen Schweiz, bisschen Österreich, 0,1% Italien. Irgend so ein krass. Ich könnte mach das bitte mal. Und ein paar Menschen machen das. Es war für mich schwarz Phantom mal geschrieben. Ich muss das echt mal probieren. Gefühlt könnte ich unendlich wie Ceos Video schauen, ohne dass mir langweilig würde. Wahrscheinlich würde es nach ein paar Stunden doch mühsam. Ja, es wird irgendwann richtig... Ja! Oh, du magst mir familiar faces. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, dreiii, zwei, eins, four, vier, totixend Du! Da du Lectio auch? Jaaaaahhhh! Und da du Ollie schon auch? Das hat sich jetzt nicht so wirklich geäußert, das war für mich emotional, aber... Du, bei mir war es richtig ... mein erster dealers, das hat 24 Stunden Stream war oder? Bei mir auch, Alter. Was von normalen Leuten so, wenn die Filme schon machen, um neue Filme schon zu machen, dann wird es auch weg. Stimmt, es war ja ein CEO-Marathon. Wir fielen schon ein einzigen YouTuber, um irgendwas zu machen. Ein einzigen YouTuber, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Es hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Also vor allem am Anfang. Aber es war einfach eine unglaubliche Erfahrung, die ich so schnell einfach nicht vergessen werde. Nach einem Ergatz-Gefreug eigentlich raiden müssen. Warum habe ich nicht geradet? Ja, danke schön. Das habe ich nicht gemacht, warum habe ich nicht gemacht? Ich glaube, in Zukunft, wenn ich sowas sehe, ich muss raiden. Weil das ist eigentlich schon das Mindest, was ich machen muss bei so einer krassen Aktion. Also ich hoffe, diese Reaktion kommt ja auch auf den CEO-Live-Kanal online. Die Frage ist wann? Die Frage ist wann? Weil ich muss sagen, klar, die Cam hat ein paar Pixel, aber das juckt mich doch nicht. Hat ja nicht jeder eine Flex-Kamera zu Hause, so eine Spiegelreflexe oder irgendwas so. Digga, das ist eine Spiegelreflex. Smartphone oder so, die können ja auch gute Qualitätsvideos, also gute Aufnahmen machen mittlerweile. Aber das ist schon... 3x2 gleich für... Ich habe seit letzter Zeit sowieso ziemlich wenig geradet. Muss ich öfter machen wieder. Hättest du ja letztens Gronkh geradet? Voll lustig. Dass ihr dabei wart. Und CEO, falls du das siehst, danke, dass du auch kurz in meinem Stream dabei warst. Einer meiner größten Dankes... Kann man das so sagen? 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 Geht an meine Mods Conny, Max und Nidhoof. Nidhoof! Mein aber mit Abstand größtes Danke geht an Nidhoof und Ronja, die beide mindestens 3 Uhr nachts dabei waren. Und wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja, jetzt kommen noch ein paar Highlights aus dem Stream. Wäre cool, wenn ihr den auch noch reinzieht. Waren echt lustige Sachen dabei. Freut mich, wenn ich freu uns das heute an. Doch, natürlich, ey, Chris und Mav, ohne dich, ganz ehrlich, ohne dich wäre CEO niemals schön gewesen. Schön, ey. Danke, danke. Wirklich, danke. Ja, von mir aus. Ja. Egal, im Många, so ein Männchen. Was? Wie dieser Alka-Fokus mit der Kamera. Ja, Mann. Oh, der Clip, der war so irre. Aber was passiert hier? Junge, dieses Kind war komplett überfordert. Oh Gott. Nicht das auch noch. Als ob es Highlights gab. Ja, natürlich. Stimmt, danach hat CEO selber noch mal, selber noch, wird mal CEO gesagt. Ja. Oh mein Gott, das ist so scuffed, Alter, Junge. Was tust du mit mir an? Ja, also wie lange hast du das gemacht? Schmack sie mir an. Oh nein, alle gestorben. Nein, was hab ich noch falsch gemacht? Das denke ich mir auch immer, wenn ich so ein Spiel spiele und verkacke. Nein, was hab ich noch falsch gemacht? Wenn ich nur acht Zuschauer auf 5 habe. Nur. Ach so. Nee, der ganze Stream war langweilig. Man kann Informationen angreifen. Ja, sogar. Man kann Informationen attackieren. Das ist ja voll schlau. Digga, ganz gefürzt, der Meff hat gerade gesagt, dass mein ganzer Stream langweilig war. Geil. Ja. Danke dafür. Die Schereformationen, und ich schnibbel die alle in zwei. Die Scherenformationen ist ganz anders. Das ist für mich etwas Pornografisches. Ach so, Kappa, oh, brah. Ich hab's übel nicht gesehen. Ziole, dein Name 200 Mal Sachs. Bekommst du 5 Euro. Bist du dabei? Was soll ich jetzt machen, Leute? Was soll ich jetzt machen? Was ist denn Aluhut? Jetzt muss ich Alufolie holen. Ja, Leute. Ich hol kurz Alufolie. Kommt der Halum nicht mal Alufolie? So, aufsteig. Ich glaub, ich weiß was wir machen müssen, damit das hält. So, das kann weitergehen, würde ich sagen. Aber das hat's gelacht. Oh, mei. Sympathisches Lüte. Sympathisches Lüte. Ich glaub, so Lüte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lüte, let's go. Lüte, ab. Wir gucken dann nachhinein. Mitox, einfach mal ein herzlichen Kommentar. So, Direktions zu Ende, oder? Bis zum nächsten Mal. Outro